welcome back to super mario galaxy 2 grünschersuche welt 1 wird jetzt fortgesetzt hier grünsterne verstecken are you fucking serious okay nur zwei grünsterne das sollte auch zu machen sein weil die galaxie wissen was die nicht ohne ist vor allem für die erste welt ist es eine ziemlich schwere galaxie für unseren jetzigen skill aber glaube ich eher nicht mehr aber wir schauen uns das ganze mal an grüß der number one chill club galaxie sehen doch schon hier sehen sie das leidentwickler ihr habt doch gelitten wie soll man da zur hölle hinkommen ihr seid doppelkloppt und da hinten schwebt auch so einer leichtes finden sind sie leicht zu kriegen diesmal scheinbar nicht oder scheint das nur so gucken wir uns das ganze mal an oder das war's �Range obwohl ich ziemlich befohlen habe luigi mensch was ist dass denn die falten gehen weiter ihr wolltest doch eins für die bund für die drohte haams war gut diese blamage meter damit aus Budget so hier ist der ansoziale grün stern ich habe nur ein versuch leute ich habe nur ein versuch aber ich schüttel wir kommen ja noch ein bisschen hoch und jetzt hat fehlte fliegt abgrund weil sich das ja dann ändert ja i don't know how to get this fucking fuck slide der entwickler ist das immer wieder so jetzt möchte ich mal ganz genau gucken das muss perfekt sein der schild muss perfekt sein oder komme ich da mit eurer hilfe drauf ja danke auch spaß wie dieser laser spaß zeigen kann es mir geht es aber trotzdem okay die freakouts kommen doch schon jetzt wieder aber leute das ist das der anja und die entwickler die sind doch kein spiel das hier gelesen vor diesem level am so echt gelitten soll jetzt mal ganz stylisch hier er macht rückwärtssalto logisch die asozial man soll bestimmt drei sprung machen und ich kann den ja nicht wie ihr wisst das könnte bitterböse ende ganz böse match luigi kannst du mal richtig platzieren so mich überlesstet ihr nicht aber trotzdem sehr gelebt man muss die platten erst mal so machen dass man überhaupt die möglichkeit drei sprung zu machen und dann muss man drauf kommt dass man drei sprung machen muss und dann ist es auch nicht einfach vor allem wenn man schütteln muss aber nicht schüttelt oder wenn man falsch gesprungen ist und dann schüttelt der pflicht bei abgrund bei der galaxie na gut heute auch wieder der zu erreichen ist möchte hier mal wieder mit den skill das heißt ich was jetzt ein bisschen durch wir wissen ja wo der ist circa ganz am ende dann kommt er denn ob doch gar kein arztermin damit der arztermin im running gag bin ich eigentlich immer nur wenn ich irgendwie unter zeitdruck stehe oder verfolgt werde alter soviel zum skill man jetzt möchte man hier mit skillig lösen ich sagte doch ich will skillen und nicht mich blamieren manchmal sollte man schweigen und nicht kommentieren man sollte die kz für goombas wieder einführen du schwarz ja wieder zu dritt mal ich okay ich bin freak aber leute der kubber ist auch freak ich werde ein graf schenken ich werde auslöschen du schmeißt mich und ihr bastarde ihr missgeburt die ausgeburt in der hölle soll jetzt ist mein skill wieder da ach da war ja neben ein red bull hier so so wird es gespielt gelöst ich hab was auf kubbers oh mein guinness so jetzt möchte ich auch mal gucken was der ist das ganze mal relativ einfach so einfach dass ich runter fliege aber was ist denn leute los mit meinen skillet ist nicht mehr schön so zum glück war hier der checkpoint wieso machen wir es uns eigentlich so schwer wenn man das so lösen kann denk doch nach du mensch oh luigi wie er rutscht luigi du bist schuld deiner schuld ist ein bisschen du es das klappt ihr habt doch probleme ich habe probleme und so wird's gemacht und jes und zack so wieso stelle ich mich hier nicht so blöd an die garexie ist nicht so schwer also schon nicht leicht aber auch nicht mehr eigentlich nein nein nicht im ernst direkt bei den kugel will ich es äh ja seht ihr so verwirrt bin ich schon bei den kettenhonen ja bring mich ruhig um war eh schon zu weit gelaufen rückwärts kann ich das nicht dann schreibe ich lieber gedicht oder koche euch im gericht was wollt ihr denn spaghetti nein spaß hier müsste der auch dann theoretisch ne ok so wo ist der jetzt genau erstmal diese chose einsammeln wo bist du aber ja klar direkt beim kettenhonen spawner beim chomp spawner es klappt es klappt da ist der dreckst luigi du ist einfach what the fuck what the fuck oh god wir haben nur eine chance das war das schwer ihr habt doch okay es gibt doch freakouts und mit recht das ist einer meiner top 5 parts glaube ich ich je gemacht habe also wenn jetzt einer sagt boah ich will ich mir die scheiß grünster nicht antun das haben wir auch schon alles gesehen hat er dann habt ihr was verpasst leute dann habt ihr was verpasst leute sowas hier ja los heute ach mensch ich hab mein spaß auch wenn es heute echt nicht gut läuft was soll's kümmern wir uns lieber um den ersten grünstern von der wirbelbohrer galaxie grünstern 1 kk oh ich hasse diese galaxie man sieht nicht einen einzigen grünstern im intro ja was geht boah hier kann man echt viel verstecken fuck it ist ja noch wie ich hier rumgeirrt bin und nichts mehr kommentiert habe weil ich nicht wusste was man machen muss oh man ouch oh mit luigi könnte man glaube ich zu so irgendwie sogar hochkommen hm ne aber ich glaube nicht dass die im grünen stelle ist mal ganz ehrlich sagt bloß ich war willst du hast wohl keinen bock dir genug umzusehen ne mal ganz ehrlich das glaube ich nicht aber so gar nicht gtf ist wohl das denn jetzt so geht doch hey du ja du hoi hab ich erschrocken auf jeden Fall du eben so gefehlt hast und wie overpowered Goombas sind irgendwie besser als Bowser so in der Tat ein Goombas ist stärker als Bowser das hat dieser Part auf jeden Fall bewiesen ich höre doch wieder was ich höre doch was es wird immer lauter so what soll denn hier bitteschön was sein auf der anderen Seite vielleicht mhm oder da oben ne ist die Kometenmünze ach der Bohr war mal eine Runde da war er der Dreckskerl hä hä wie zur Hölle nein kommt man glaube ich nicht mit Bohr äh mehr kann mich mal wer hinten hallo gibt's der Gegner ich will Gegner ja die will ich sehen das kommt mal im Spaß so so aber ihr müsst auch auf der anderen Seite oder wie jetzt Mann was ist das denn oder so oh yes oh yes äh Leute falls ihr euch fragt wieso ich den Bohrer weggemacht hab ist weil Baum und weil ich es kann ne das sowieso so weil ich ne mit Bohrer nicht so rückwärts zu halten man kann und ich sowieso nicht so gut springen kann natürlich ist es mit drei Sprungen möglich aber ihr wisst dass ich den hasse und nicht gut an Vollführer kann also warum dann nicht so der Stern war human gut zu lösen deswegen schauen wir uns mal Greenstar 2 an Kometen Alarm bla 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 Jusen Jusen wir haben ein Problem gleich vorschau hilft mir nix aber ich kann die nicht wegdrücken Leute ich würd's gerne ich kann's aber nicht naja das Leben kann grausam sein nicht gut das kennen wir jetzt hier war nix du 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 bist nicht sehr sozial warum bist du ein Hartz 4 Empfänger warum bist du bei raus aus den Schulden gewesen bei peters wegert was du du gleich hier jackpot denn katapultiere mich mal bla 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 ich glaube immer das gleiche auch wenn du die Grünstelle finden wirst ja wo kommen wir jetzt hin welche Überraschung genau da wo wir eben auch waren das ist der einzige Kritikpunkt mit den Grünstelle ich weiß Leute aber ich denke mal dass es trotzdem ganz cool wird der der die Galaxie eben schon gezeigt also und jetzt ah ne das war nur für die Kometenmünze richtig aha nämlich jetzt weh hier ist noch was huu oh da hätte man es sogar gesehen echt nicht schwer der Grünstern muss man sagen der schwerste ist bis jetzt so in der ersten Galaxie der zweiten Grünstern auf jeden Fall na wohin oh ich habe schon gesehen ich bin doch gut obwohl meine Augen so schlecht sind sehe ich sowas da ist er ja wo ist er denn da hinten ist er doch so gut sind meine Augen nicht wirklich nicht so gut sind meine Augen nicht wirklich nicht oh ja ihr habt doch gelitten ja was ja ne ne ich will nicht mit dir mit Spurst haha die hat doch echt gelitten ich soll darauf ich soll da 3 Sprung machen ne luigi fliegst da nicht mit ich soll 3 Sprung machen da muss doch erstmal der Honk da weg alter lass das Koks weg LASS DAS KOKS WEG ich versuche ähm glaube ich jetzt erstmal ob er das ganze auch ohne 3 Sprung lösen kann weil das finde ich echt ein bisschen asozial langsam macht es ernst mit den Drogen und so es ist denn wirklich so dass sie ja sicher muss man es mit 3 Sprung so what are you fucking serious das glaube ich jetzt nicht das könnte auch ohne gehen versuchen wir es mal einmal ohne nein das geht echt nicht ohne ihr habt doch gelitten 3 Sprung dann muss aber jetzt dieser Honk da weg Tick dead ne jetzt steht er da na gut da macht er nicht so viel Ärger hoffentlich so wir müssen jetzt Anlauf der geht zu EOS weg da hinten schlecht oh ich kann die 3 Sprühe nicht da sehe das da sehe das da sehe das oh mein Guinness oh Gott sorry ich kann nicht jetzt echt richtig konzentrieren oh yes Dauern hoch dafür bädädädä alter war das schwer die Platten gehen weg aber man kann nur das ganze Sticken so ein bisschen aus tricks in dem man schon auf den sicheren Boden ein Sprung vollführt der geht das ganze ok als der noch der mb in ein paar wieder eine klapse dem die gummas mich so gemobbt haben mobbing vom feinsten ich werde von gummas gemobbt während mich in meinen schlimmsten halb träumen verfolgen bald noch so gut ich komme aus der service schmutz gibt es für 5 euro wenn die erpressung anfangen dann bin ich weg dritter grünster und wir müssen wieder auf anderen bei den auf einem anderen planeten sehr interessant dass immer der dritte grün stelle ist ok es ging ja sorry das ging doch was wollen wir sein ach so eine ranke coole sache ja gut müssen wir rein auf geht's auf geht die post ich höre schon da ist er über die da ganz leicht zu bekommen ihr müsst euch verletzen lassen und fuck you all ja letztes leben also letzte kraftpunkt das war's ach so hier kann man noch mal ja es bringt mir auch nix so komme ich da nicht hin ja gut jetzt habe ich noch eine chance ist klar nein nein ja so komme ich da jetzt nicht mehr hin kann ich dich das ding loswerden das dreckige ding ohne dass ich mich von gegner angreifen lassen muss oder riefst mit drei sprung die ich nicht kann ihr habt doch so gelitten hier so ich zieht hast du verdient da bist du geschockt was ja klar alles verfordert ihr seid doch die also sie hat sie entwickler mehr sind sie von super monkey ball weiter mal oder das schwerste spiel und von donkey kong country turns sind auch sozial aber trotzdem das hier ist auch schon nicht ohne muss man sagen und trägt man selbst du diese shit bohrer nicht shit bohrer gemacht aus deinen oder gemacht aus deinen sekret das ist kein sekret excrement so heißt es auch wissenschaftlich auch wissenschaftlich ist klar so jetzt hättest du mich wagen wir holen uns erstmal ds der verpufft geht es mich jetzt hallo geht es mich jetzt so jetzt versuchen wir ganz anderes wir ohne den jetzt und dann machen wir es mal mit wandspur ganz einfach leute wenn man da doch logisch denkt wollte es mir einfach mal von da oben springer habe ich was die blöde bohrer wieder aufgenommen naja man kann nicht alles haben die stadt galaxy komplett ein 100 fucking prozent ja leute im nächsten part geht es wieder mit mario weiter gibt da wo wir zu gefallen ich fand es war sehr epischer farb mit den goomba schon alleine und ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal grünen stelle wird kein ende so schnell nehmen und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal und tschau